Timer, zwei Minuten. Leute, was ich jetzt habe? Was geht bei dir? Ja? Was machen wir? Nichts. Nichts? Wir sind hier im echten Leben. Bra! Schönen Tag! Sebastian Munder hier von The Wonder World. Das wollte ich schon sagen, von The Wonder Talk. Heute mit einer neuen Folge Wonder Talk mit Dian. Was sah? Wer das Spiel noch nicht mitgekriegt hat, ich habe hier wieder mein schlaues Buch, wo alle Fragen sind, die ihr die letzte Woche dem Dian stellen konntet, auf Instagram, Snapchat, Facebook. Das kann kein Mensch lesen sowieso. Das macht kein Buch. 2 Minuten hat der Dian Zeit, um die ganzen Fragen zu beantworten und vor allen Dingen muss er alle Fragen beantworten. Ich mache nicht. Du musst. Ja, ist okay. Du musst. Ich versuche. Nicht mit Skipperei und nicht mehr mit hin und her und... Psch, jetzt. Ich muss jetzt auch jetzt gehen. Wir fangen an in 3, 2, 1, Be ready. Let's go. Wie findest du J. Cole? Was ist das für eine Frage, Mann? Missy, warum fragst du was? J. Cole Killer. Killer, beschreibe deine Traumfrau. Jessica Erber. Boah, er macht schnell. War. Was? Nenne drei Dinge, die du mit auf einer einsamen Insel mitnimmst. Meine Sneakers, ganz viel zu essen und Eistee. Dorslöcher, Mann, Dorslöcher. Ja, Mann. Lieblings Sneaker? Äh, äh, Nike Uptempo. Warum 92er Style? Die, die dazugehören, wir sind alle 92 geboren, deswegen nehmen wir uns 92er Style, flow, whatever. Alle, ich gehöre auch dazu, bin aber nicht. Alle. Wie viel Geld gibst du für einen Monat für Klamotten aus? Kommt immer drauf an. Ist nicht jeden Monat gleich. Du bist way too serious. Dein Lieblingsrat? In meinem Bett, glaube ich. Was tanzt du am liebsten? Äh, Vogging. Wo? Wo bist du aufgewachsen? Hier, Dürren City, das ist meine Stadt. Wie bist du auf die Idee gekommen, Model zu werden? Ich bin kein Model, was soll der Scheiß, Leute? Wie alt bist du? 24. Deine Lieblingsperson in deinem Leben? Mein kleiner Bruder. Sag mal was auf Terminisch, Anu. Wann da kam Anu? Dein Lieblingstänzer oder Lieblingslehrer? Äh, Tony Sauer. Deine größte Inspiration? Omarion. Der teuerste Schuh, den du zu Hause hast? Äh, ich glaube, der Jordan Brett, weil ich ihn nach Redis gekauft habe. Klapp's. Mh, wann hast du angefangen zu tanzen? In sechs. Ein lustiges Erlebnis aus deinem Leben? Ein anderes als ihn? Nein! Ich habe mich bei einem Date mal komplett hingelegt. Also ich lag auf, ich bin ausgerutscht, weil es geregnet hat. Scheiße. Okay, ähm, etwas, was keiner sonst von dir weiß. Etwas krasses, was niemand weiß, was nur Wonderworld und die zwei Millionen Zuschauer haben. Okay, it's coming. Ah. Come on! Ich mag keine Eiscreme. Was? Das war einfach die letzte Sekunde. Und das war, das war das krasseste, was ihr von Dian wissen ja. Wusstet ihr das nicht? Ich mag keine Eiscreme. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen da und auch irgendwo, warte, wenn das Video so ist, dann ist hier oder da das Abo. Entschuldigung. Wir machen beide so. So? Also irgendwo da, komm, ich mache es einfach auf beiden Seiten. Abonniert einfach und dann verpasst ja auch keinen Wondertalk mehr. Jetzt meine Frage, wen würdest du hier noch gerne sitzen haben? Leibenecker. In ein... Spiech! Aber ich fliege hin und frage. Entweder Match Match wäre. Match wurde auch schon mal von Kimbo angefragt. Johnny wäre lustig. Hol Johnny. Er verdient. Johnny Vongratzavai. Bro, nächste Mal noch das jetzt hier. Zwei Minuten Challenge für Johnny. Wer ist dafür? Der schreibt das bitte in die Kommentare. Johnny Vongratzavai, du wirst fertig gemacht. Kein Depp, und dann ist es Zeit vorbei. Ist nicht der Tag. Warum, oder? Fuck Allah! Ja, okay. Dankeschön für das Video. Tschüss von Düren. Ich will noch was sagen. Und die letzten Worte gelten Dayan. Support Wonderworld. Macht supported. Ihr müsst folgt ihm auf Instagram. Abonniert seinen YouTube-Channel. Dankeschön. Sehr. Wir wissen Bescheid. Ich mache mit romantischer Musik mit dem Hinterkopf. I can only give you the best just ciao. All time. Tschüss. Ciao.